Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, dem Wahlkämpfer Lange vielleicht noch einmal gesagt, es wäre schön, wenn er seiner Ministerin in Bayern einmal sagen würde, dass wir das letzte Land sind, wo es kein Tariftreue- und Vergabegesetz wird. Da könnt ihr einmal ansetzen. Das wäre der richtige Zeitpunkt. Wir beraten heute den Haushalt 2019 und ersetzen wichtige Signale für die Mobilität, auch für die digitale Infrastruktur. Wir arbeiten zügig und zielgerichtet an unseren verkehrspolitischen Maßnahmen, die wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Die Menschen wollen und sollen noch mobiler werden in unserem Land. Wir unterstützen deshalb die Modernisierung der Schiene mit nennenswerten Finanzmitteln. Für die Schiene ist sicherlich der Deutschland-Takt. Einer der herausragenden Projekte ist ein Meilenstein, um das Bahnfahren für den Personenverkehr attraktiver zu machen. Das Verkehrsministerium hat angekündigt, dazu im Herbst jetzt ein Konzept vorzustellen. Der Minister nickt. Es war quasi ein Musterfahrplan für das Land quasi. Im ganzen Land jede Stunde zur selben Minute sollen Züge fahren und die Fahrplanpläne aller Verbindungen bis hinein in den ÖPNV aufeinander abgestimmt fahren zu lassen. Mit diesem Masterfahrplan bauen wir das Schienennetz aus und legen die Prioritäten neu fest. Ohne Fahrplan kein Bauplan. Es wird noch dauern. 2030 soll der Deutschland-Takt dann starten und damit die Grundlage für die angepeilte Verdoppelung der Fahrgastzahlen und des Güterverkehrs im Übrigen in Deutschland legen. Geld ist das eine. Ich will aber auch sagen, Herr Minister, das Ministerium ist in der Pflicht, gerade in dieser Stunde vom Bahnvorstand die zu erwartende Qualität wieder einzufordern. Denn wenn nur 15 Prozent aller ICEs ohne Mängel an den Staat geben, ist das ein Skandal und kann politisch nicht hingenommen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, 85 Prozent haben Mängel und jeder kennt sie von Türen, die nicht aufgehen, Küchen, die nicht funktionieren. Es gibt keinen Kaffee, Toiletten ist ein Problem und, und, und wenn dann im Brandbrief des gesamten Bahnvorstandes an die Führungskräfte steht, dass die Pünktlichkeit nur noch 76 Prozent beträgt, Herr Minister, dann gehe ich davon aus, dass Sie den Bahnchef Lutz einbestellt haben. Darüber muss geredet werden. Qualität, das Brot- und Buttergeschäft, wie es Herr Grube immer formuliert hat. Und ich sage, sicherlich ist der Bahnvorstand heute nicht alleine schuld. Da sind Fehler in der Vergangenheit gemacht worden. Es ist auch Verschleiß gefahren worden. Instandhaltung ist eines der Themen. Die Dinge müssen auf den Tisch und besprochen werden. Unsere Devise bleibt, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene. Dazu brauchen wir Qualität, aber auch neue Ideen. Und deshalb ist es wichtig, sinnvolle Innovationen im Schienennetz zu fördern. Bei der Innovationsförderung liegt mir besonders am Herzen das Zentrum für Schienenverkehrsforschung. Deswegen ist es im Haushalt gut angelegt. Forschungsbedarf besteht zum Beispiel beim CO2-freien Verkehr auf nicht elektrifizierten Strecken. Batterieakkutechnik beispielsweise Wasserstoff. Die Innotrans wird jetzt uns wieder Lösungen darstellen. Wir werden ja das besichtigen. In Niedersachsen Kirsten Lühmann sagt es vorbildlich. Es geht voran. Da müssen wir Gelder einsetzen. Wir haben sinnvolle Automatisierungsschritte und Potenzial bei der Digitalisierung. Ich denke nicht nur ans autonome Fahren, wo die Teststrecke ja in Kraft ist, sondern auch zum Beispiel an Zugbildungsanlagen, wo das greifen kann im Güterverkehr, die automatische Kupplung und vieles, vieles mehr. Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein, und deswegen sind auch Bedenken legitim. Aber Digitalisierung kann erheblich dazu beitragen, dass die Arbeit für die Beschäftigten weniger anstrengend und vor allem sicherer wird. Sicherlich wird es komplexer, besteht Bildungsbedarf, aber das muss leistbar sein. Das Bundesprogramm Zukunft Schienengüterverkehr soll bereits entwickelten Technologien zur Effizienzsteigerung, zum Durchbruch verhelfen und den Aufbau der Eisenbahnforschung in Deutschland unterstützen. Unsere Aufgabe ist es, das Programm mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Das wird sicher in den nächsten Wochen Thema sein. Ich will noch ein Stichwort sagen. Die Weiterentwicklung des Einzelwagenverkehrs, auch das im Koalitionsvertrag, auch darüber werden wir reden. Ein wichtiger Meilenstein für die SPD-Verkehrspolitiker sowie die gesamte Bundestagsfraktion der SPD ist das Elektrifizierungsprogramm. Es ist ein Erfolg, dass der Koalitionsvertrag von knapp 60 Prozent jetzt das auf 70 Prozent anheben wird. Der Kollege Enak Verlemann hat zugesagt, am Ende des Jahres wissen wir, welche Strecken elektrifiziert werden. Bis 2025 70 Prozent ein Meilenstein für die Schiene, gut und richtig. Zum Jahresende soll es vorliegen. Dann wird das Parlament mit einbezogen. Aber was nicht sein kann, Herr Minister und lieber Enak Verlemann, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass täglich 50 bis 100 beladene Güterzüge stehen und nicht abgefahren werden können. Aus unterschiedlichsten Gründen. Auch das ist ein Thema. Auch das würde die Einbestellung des Bahnvorstandes schon rechtfertigen. Wir wollen die Schiene attraktiver machen insgesamt. Wir wollen sie in die Richtung Verkehrswende bringen. Wir haben weitere Schritte. Das 740 Meter lange Güterzuggleis wird kommen. Auch da erwarten wir die Ergebnisse. Das 1.000-Bahnhöfe-Programm, lieber Herr Minister, die Sanierung von Bahnhöfen, die Eingangstore von Städten und Gemeinden, auch gut und richtig im Koalitionsvertrag. Der Bundeshaushalt 2019 betrifft darüber hinaus auch das Personal. Hier erwähne ich besonders das Eisenbahnbundesamt und das Bundeseisenbahnvermögen. Ich freue mich, dass Einigkeit darüber besteht, dass dort mehr Personal nötig ist. Bei den Anträgen zur Krankenversorgung beim Bundeseisenbahnamt Erstattungszeiten von 28 Tagen dürfen eben nicht überschritten werden. Aber vor allem beim Eisenbahnbundesamt ist es dringend notwendig, vor allem auch in den Außenstellen, nicht nur im höheren Dienst, sondern auch vor allem im gehobenen Dienst. Weil wir sonst, was die Planungsbeschleunigung angeht, auf der Stelle treten. Wir brauchen hier mehr Manpower, vor allem in den Außenstellen. Ich komme aus Bayern. Auch dort ist es notwendig. Deswegen freuen wir uns auf die Berichterstattung und die Verhandlungen in den Ausschüssen, in unserem Ausschuss. In dem Sinne vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es geht jetzt weiter in der Debatte mit dem Kollegen Gero Storjohan von der Union.